Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Overwatch. Diesmal nicht wie gewohnt auf der Playstation, sondern auf dem PC. Ja, ich bin auf dem PC Level 166, auf der PC bin ich Level 20. Großer Unterschied. Ja, wir spielen hier heute Quick Play gegen den Level 108er, wie immer, Overwatch. Danke an das Overwatch Matchmaking dafür. Ja, wir spielen Schnellsuche, Lumbani, Verteidigung. Sollte nicht so schwer werden. Wir haben natürlich einen Turbion und Bestens, die Besten halt. Der McCree wird kein Aim haben, aber ist ja egal. Geweckschild. Danke. Fußgänger. Weil das hier, wenn hier Fußgängerzone ist. Warum stehen hier Autos? Ah, Zebra-Strahl. Ah. Ich bin dann mal weg. Bye-bye. Oh Gott, wir kommen nach links. Wir kommen links. Oder? Oh ja. Nein. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, Farrah. Danke. Habe ich den angesichts? Ne, ich glaube nicht. Oh Gott. Ich kann ja nicht chargen. Ach, weg mit mir. Der wird jetzt flanken hier durch. Der McCree macht alles richtig. Guckt, genau. Unser Best steht da vielleicht nicht ideal. Aber kann man mal machen. Digga, ich bin so schlecht, ne? Oh, das Turret, den Spot kenne ich nicht. Das Ding ist, wir müssen halt den Nahkampf tun. Ich bin nicht. Bye-bye. Nein, der kommt natürlich wieder. Jo. Dann bleiben wir erst mal stehen. Da ist der McCree. Muss mich gleich mal noch mal einziehen. So. Und wir spielen auf Englisch. Niha. schön jungs schön die ist tot der mädchen in der jenke die hau genau welchen geht sie gut repariert er hat das so dass man die pc ist alles besser stopp wahrscheinlich hatte ihr kennt jannik wahrscheinlich livre 4d der beste youtuber der welt natürlich reaper wird angehittet dreht sich um gibt mir zwei kugeln juckt ihn nicht zack 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 juckt ihn gar nicht mehr natürlich capturen die jetzt ja 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 wants to defend the payload die die what the fuck is happening bye bye oh god let the drink consume genau oh nö 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 oh rain pass auf ni hau oh scheiß nütz mein gott das wäre so gut gewesen zack r mit spach spiel Spas ne weil Oh mein Gott, die bleibt halt so in der Luft stehen. Ich treffe sie nicht. Oh mein Gott, ich gegen das ganze Team. Ich bin hier ein Headshot. Mein Gott, Lucio, verpiss dich. Den habe ich gerettet. Ich bin ja schon weg. Oh mein Gott. Jetzt habe ich auch noch... Ja, okay, ja. Überleben ist hier echt nicht das Geilste. Hauptsache, er ist so schlecht. Der will mich... Oh mein Gott. Ja, Leute. Sonntag kam kein Video von Hugo, weil er... Ach, weil wir auf so einem Geburtstag waren. Oder wir waren einfach in der Trampolinhalle. So. Und Montag kam kein Video, weil ich es vergessen habe. Ich hatte besseres zu tun. Oh Gott. Habe ich rein, hat gesplittet? Nein, dafür bin ich auch noch zu schlecht. Ich habe wahrscheinlich noch keinen eingefroren. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin nicht rein. Bitte. Ja, ich habe... Ja, ich habe... Ja, ist okay. Ja, Boys. Schnell weg hier. Nein, 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 nein. Bitte nicht umbringen. Fuck. Und... Naja... Ich würde sagen... Digga. Nice Team. Ich würde sagen... GG. Junge, ich habe sogar noch einen Kill gemacht. Also, ich fresse. Okay. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Bis gleich. Ciao. Wow. Wow. Ah. Yo, Leute. Hier sind wir auf Dorado. Mit einer High-Level-Lobby. Es macht doch immer wieder Spaß, den High-Level zu spielen. Das heißt, wir müssen Noob Jam spielen. Ihr wisst, was ich meine. Select. So. Hier. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Full Automatic Assault Weapon. Und in dem neuen Patch wurde die sogar gebufft. Ich kriege es nicht in mein Gehirn rein. Der Typ, der eh schon so viel Schaden macht, weil er so random Headshots gibt, wird jetzt noch gebufft. Guckt euch das an. Ein Schuss macht 25 Schaden. Das heißt, er braucht vier Treffer oder zwei Headshots für 100 Schaden. Er braucht vier Headshots für ein Kill. Nice. Dann machen sie seine scheiß Regelsaketen auch noch. Mega viel Schaden. Und er kann sich heilen. Irgendwie schon OP. Hier setzen wir uns jetzt erstmal hier hin. Oder wir stellen uns hin. Digger. Der hebt ja sogar seinen Fuß. Habt ihr das gesehen? Der Fuß passt sich einfach... Warum habe ich keinen Körper? Warum? Oh, es gibt einen Rocket Jump übrigens. Ich weiß auch nicht, wie der geht. Habe ich bei Bessert gesehen. Falls ihr die nicht kennt. Irgendwie so. Ah, den habe ich von Bubo genommen. Okay. Wir sind der, sozusagen der, der Schaden macht aus diesem Team. Oh, nice Spray, Moritz. Wir sind der, der Schaden macht aus diesem Team. Deswegen müssen wir auch Schaden machen. Ja, und Endhorn. Nice. Ich bleibe einfach stehen beim Schießen. Grüße gehen raus an Zektrix. Ja, ihr habt richtig gehört. Zektrix spielt Overwatch. Schlimm genug. So, von Minecraft-Kitty zum Overwatch-Profi. Auf jeden Fall. Okay. Wir müssen jetzt hier mal schnell wieder zurück ins Geschehen. Wie gesagt, schnell wieder zurück ins Geschehen. Wenn man so ein Low-Bob ist, der keinen Aim hat und dann von allen Seiten angegriffen wird. Nice. Ich habe ein Kill und habe Golf. Also, sag mal nichts gegen mich jetzt. Aber ich werde mich noch einspielen. Dann sage ich noch mal, sehe ich das mal. Nice. Mein Gott. Regt mich doch nicht so auf. Yay, ich spiele Farrah. Okay, warte. Wir spielen. Nein, ich... Junge, wenn ich noch niemals mit Soldier spielen kann, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Habt ihr... Guckt euch mal einen Aim an, Mann. Das ist ja nicht mehr feierlich. Obwohl... Nein. Ja. Nice. Der macht sein Ulti. Für eine... Okay, da waren zwei. Auf Gott, hier sind mal Zeit. Yay. Cool. Beg... Alter. Okay, jetzt aber, jetzt aber. Ich verspreche euch, das wird jetzt ein Try. Nein. Schwer, Mann. Schwer, Mann. Oh mein Gott! Ich liebe es gerade. Guck dir das an. Zack, zack. Und weg bin ich. Mein Gott, als ob ich... Das regt mich so auf, dass ich keinen Ebenen habe. Fack. Natürlich, huff mich durch eine Wand. Overwatch-Physics. Ich liebe euch. Das Ding ist, ich muss gegen Level 60er spielen. Es ist doch so assi. Was soll ich denn gegen die machen? Ich bin ein kleiner Lauf, der keinen Aim hat. Und Soldier spielt und keinen Aim hat. Das ist arm. Nein, nicht schon wieder. Guck dir das an. Jetzt kommt aber schon wieder eine Farrah. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Oh yeah. Komm, den Block nur hinterher. Ja, Mann. Oh no. Da will ich nicht hin. Okay. Nein. Nope. Es war schon wieder so klar. Er kommt natürlich genau in den Raum, wo ich auch rein will. Ey, wir haben vier Kills. Wir haben Gold. Obwohl. Es wird ja gesagt, es juckt keinen, ob man Gold hat oder nicht. Als ob wir eine Widow-Maker haben. Ach Gott. Digga, es ist halt so okay. Er hat einen Aim-Bot, Mann. Digga, ich sehe nichts von dir. Ist okay. Mein Gott. Die zweite Runde, ne? Premium-Runde. Beide Runden waren eigentlich Premium-Runde, weil die total scheiße waren. Okay, komm. Wir versuchen es jetzt. Oh yeah. Ja, ein Doppelkill mit meiner Ult. Da oben ist, chillt noch eine Farrah. Aber das gibt mich jetzt mal einmal nicht. Sieben Kills. Ja, komm. Payload, Payload. Schön. Na komm, 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 komm. Bleibt hier, bleibt hier. Ich muss da hin. Ich schade. Ich schade. Natürlich, Justice. Fuck you, Justice. Als ob wir deswegen jetzt verloren haben. Mann, es kann nur nicht sein. 8 zu 0. So schlecht, Mann. Ich hasse es. Ich... Oh, verpisst euch doch mit eurer Sinderpose. Ready. Yeah. Das ist ein Maul, Alter. Wow, krankes Spiel. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Er wreckt sie. Er wreckt sie alle. Und Uldi. Yay. Mich noch. Er gibt mir so einen Turn-up. Zack. Von der Seite. Ja, Heilerin. Ich glaube, das Video geht schon lang genug. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleib fresh. Und ciao.